Der Euro ist auf einmal wieder ein bisschen spannender geworden, denn lange Zeit gab es eigentlich nur eine Richtung, nämlich die nach oben. Wir sehen das hier im Wochenchart beispielsweise seit März, eigentlich nur eine Richtung, nämlich zack nach oben. Wir hatten schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass es hintenrum ein wenig lahmer wird. Also offensichtlich, dass Währungspaar hier nicht mehr die gleiche Kraft hat, sprich der Dollar ein bisschen mehr Stärke gewinnt. Denn wir wissen, wenn der Euro gegen US-Dollar nach oben geht, ist das ein Zeichen, dass entweder der Euro stark ist oder, was man natürlich normalerweise im Vergleich mit anderen Währungen dann sieht, der US-Dollar dann Schwäche zeigt. Das scheint sich aber ein wenig jetzt zu ändern, nämlich zumindest mal hier im größeren Bild auf Tagesbasis, weil wir schon sehen, dass die Trendrichtung, die wir hier hatten, nämlich die Aufwärtsrichtung, deutlich weniger Schwung hat. Das haben wir ganz oft auch schon bei den Indizes angesprochen, zum Beispiel beim DAX, zum Beispiel vor dem Corona-Crash war das zu sehen. Und auch aktuell haben wir wieder so eine Situation. Aber das geht nicht nur bei den Indizes, das geht offensichtlich auch bei den Währungen, in dem Fall jetzt hier beim Euro gegen US-Dollar Verhältnis. Das würde dafür sprechen, dass der Kurs mal wieder ein bisschen runterkommen könnte. Und wir haben hier mal gesehen, 38er Marke, die liegt ungefähr bei 1,15, ein bisschen drunter sogar. Wir haben so den Rücksetzer, den wir hier vorne schon mal hatten, wenn wir das ähnlich dimensionieren, dann ist es 1,16 circa, so als Zielkorridor. Also der Kurs hier nochmal runterfallen, das wäre gar nicht so untypisch. Das würde auch übrigens, man sieht das hier an den Nummern, die ich hier schon mal so angedeutet habe, gar kein ganz schlechtes Zeichen, sondern würde unter Umständen sogar nur das bullische Sentiment wieder beflügen, hey, wir sind hier eventuell wackelig runter. Also es kann sein, dass das ein bisschen weiter nach rechts dann verschoben werden muss, wenn sich das länger zieht. Und dann anschließend dann die nächsten Käufe dann hier nach oben wieder dann zu triggern oder eben die nächste US-Dollar-Schwäche. Lassen wir uns da mal überraschen, was der Markt uns bietet. Aber wenn wir hier im Kürzerfristigen mal gucken, zum Beispiel Intraday im Stundenchart, dann haben wir hier schon so ein bisschen andeutungsweise gesehen, die scharfe Bewegung nach unten, das klar wackelige nach oben. Und dadurch, dass wir hier mehrfach jetzt hier vorne zum Beispiel, hier sehen wir das, wir relativ scharf hier nach unten. Man sieht das hier zumindest mal so halbwegs. Aber auch hier, wie das scharf nach unten sind, worauf sollten wir jetzt achten? Eigentlich auf das, was es so häufig eben gibt in solchen Situationen, nämlich ob es dann mal so eine typisch wackelige Gegenbewegung gibt. Das passiert regelmäßig, das sehen wir hier auf der Abwärtsseite schon mal. Allerdings auch auf der Aufwärtsseite hatten wir das, wo haben wir es gerade gesehen, hier vorne beispielsweise mehrmals hier noch als der Aufwärtsmarkt war, dass die starken Aufwärtsbewegungen, ich zoome es mal ein bisschen rüber, dass die starken Aufwärtsbewegungen von eben einer schwachen, leicht fallenden Seitwärtsbewegung dann abgelöst werden, damit der Kurs anschließend dann eben weiter nach oben geht. Genau dieses Spielchen, das sollten wir uns jetzt hier vor Augen halten, kann beim Euro gegen US-Dollar passieren. Eine Einladung sind solche schnellen Bewegungen allemal. Das heißt, wir haben schon mal den ersten Hingucker. Aus meiner Sicht sind Bewegungen wie diese, die so stark in eine Richtung gehen, immer ein Hingucker, um dann zu sagen, hey, wenn jetzt die schwache Bewegung folgt, dann kann man da was draus machen. So, und wenn wir auf die Währung hier schon mal gucken, also auf den US-Dollar gemessen am Euro, dann ist es doch naheliegend, dass wir auch nochmal den US-Dollar gegen was anderes vergleichen. Und wenn es denn Gold ist? Ich will auf das große Bild gar nicht drauf eingehen. Dazu hatte ich jetzt jüngst erstmal einen Beitrag gemacht, wo ich die verschiedenen Szenarien mal gegenübergestellt habe. Das sieht verwirrend aus, hoch oder runter, soll aber jetzt nicht das Thema sein. Wir sehen aber, dass wir jetzt offensichtlich hier in dieser Aufwärtsbewegung, hier sehen wir das ebenfalls nochmal schöne Schub hoch und dann eben wackelig nach unten beispielsweise. Hier war es sehr steil, das war dann vielleicht nicht gut zu erkennen, aber hier war es wieder besser zu erkennen, um dann die Fortsetzung nach oben dann eben nochmal zu sehen. Das sieht ein wenig danach aus, als ob wir jetzt die Beschleunigung auch hier, also folgerichtig, keine Euro-Stärke oder Schwäche im Moment, sondern tatsächlich etwas, was mit dem US-Dollar zu tun haben kann. Und wenn sich hier ebenfalls so etwas entwickelt, dann ist zumindest vorläufig die Abwärtsrichtung nochmal gegeben. Vorsichtig, das alleine hier im kleinen 15-Minuten-Chart ist jetzt natürlich kein Beweis dafür, dass wir nochmal hier runterkommen und auch kein Beweis, dass das nicht mehr möglich ist, sondern wir reden davon, dass wir hier innerhalb dieses kleineren Bildes eben einfach mal einen kleinen Rücksetzer haben. Aber wer gönnt es dem Markt nicht, nachdem er hier so gestiegen ist, dass er hier zumindest mal ein bisschen runterkommt. Und dann kann man hier ausgehend immer noch gucken, ob der Markt weitergeht oder ob er dort Wendetendenzen zeigt. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.